ZielU haben wir uns jetzt hier in der Komfortausstattung, wir sind gewohnt wie der Komfort- und Designausstattung, sprich Komfort haben wir jetzt eben in der Vollausstattung hier bei dem Auto. Wir haben preismäßig unter 45.000 bei dem Fahrzeug. Fahrzeug ist ein Frontantrieb allerdings nur derzeit, ist mit Reichweiten wie beim normalen Ziel mittlerweile bei 530 bis 550 Kilometer Reichweite in kürzester Zeit mit der Ladung. Wie schaut es mit der Verfügbarkeit aus? Verfügbarkeit ist ab Mai 2024 ziemlich prompt da, spricht mir Reden von 6 bis 8 Wochen Lieferzeit ab Mai 2024.